Der KI Campus ist die Lernplattform für künstliche Intelligenz mit kostenlosen Online-Kursen, Videos, Podcasts und vielen weiteren digitalen Formaten im spannenden Themenfeld der künstlichen Intelligenz. Der KI Campus ist eine Gemeinschaftsinitiative vieler starker Partner. Der Stifterverband verantwortet die Geschäftsstelle des KI Campus in Berlin. Wir arbeiten insbesondere mit Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, die ihre KI Expertise in den KI Campus mit einbringen, aber auch mit vielen weiteren Bildungsakteuren, die sich mit innovativer digitaler Bildung auseinandersetzen. Unsere wichtigsten Partner sind die Humboldt-Universität zu Berlin, das deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz an unterschiedlichen Standorten, die Charité Universitätsmedizin, die duale Hochschule Baden-Württemberg, die TU München, die Hochschule Heilbronn und viele weitere Hochschul- und Bildungseinrichtungen, die mit uns gemeinsam Online-Kurse entwickeln oder diese in ihre Lehre integrieren. Einen besonderen Fokus setzen wir auch auf die regionale Wirkung unserer Arbeit. Deswegen sind wir nicht nur mit unserer Geschäftsstelle in Berlin regional aktiv, sondern haben auch einen Hub in Nordrhein-Westfalen an der Fernuniversität in Hagen und sind besonders auch Teil des Innovationspark Künstliche Intelligenz in Heilbronn in Baden-Württemberg. Gefördert wird der KI Campus als Bundesprojekt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Er ist Teil der KI-Strategie und der Digitalstrategie der Bundesregierung. In Baden-Württemberg werden wir darüber hinaus durch die Dieter-Schwarz-Stiftung unterstützt. Ein souveräner Umgang mit künstlicher Intelligenz erfordert zunächst das notwendige Grundwissen. Deswegen setzen wir uns mit Grundlagen der KI auseinander, die für jede und jeden verständlich sind. Gleichzeitig vertiefen wir auch Themen wie Machine Learning oder generative KI. Besonders wichtig ist auch eine domänenspezifische Herangehensweise. KI in der Schule, KI in der Medizin, KI in Unternehmen sind Themen, mit denen wir uns vertieft auseinandersetzen. Darüber hinaus gibt es spezifische Angebote, die sich gezielt an Berufsgruppen richten, für die KI jetzt oder in Zukunft besonders relevant ist. Das ist zum Beispiel die Medizin, der Bildungsbereich oder natürlich auch die Auseinandersetzung von Unternehmen mit künstlicher Intelligenz. Der KI-Campus ist kostenlos und der KI-Campus macht richtig Spaß. Ich kann auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast hören, in der Mittagspause ein Video anschauen oder abends einen ausführlichen Online-Kurs absolvieren. Als Lehrkraft oder Lehrende kann ich Materialien des KI-Campus in meine Bildungsarbeit kostenlos und offen lizenziert integrieren. Unser Ziel ist, einen Beitrag zu einer KI-kompetenten Gesellschaft zu leisten. Einer Welt, in der Menschen im Beruf wie im Alltag souverän mit KI-basierten Technologien umgehen können. Unsere Zielgruppen sind vor allem die Menschen, die an Hochschulen studieren und arbeiten, aber auch Lehrkräfte an Schulen, Berufstätige in anderen Branchen und lebenslang Lernende, die sich für KI interessieren und dafür kostenlose Lernangebote nutzen wollen. Der KI-Campus soll bis 2030 die Lernplattform für künstliche Intelligenz im deutschsprachigen Raum sein. Wir wollen von über 100 Hochschulen genutzt werden, die unsere Lernangebote in ihre Lehre integrieren und mit uns gemeinsam spannende Lernangebote für den Transfer in die Gesellschaft entwickeln. Wir wollen über 500.000 Menschen dabei begleitet haben, sich zu KI fort- und weiterzubilden. Der KI-Campus ist eine Gemeinschaftsinitiative, denn nur gemeinsam können wir die digitale Transformation gestalten. Der KI-Campus ist deswegen immer auf der Suche nach neuen Partnern und auch Förderern, die unterschiedliche Schwerpunkte in die Zusammenarbeit mit einbringen. Der Stifterverband möchte das Bildungssystem dabei unterstützen, dass mehr Menschen schneller die notwendigen Kompetenzen für die digitale Transformation erlangen können. KI ist dabei zentral für Fragen einer zukunftsfähigen Gesellschaft und die digitale Bildung bietet große Potenziale, um in die Breite zu kommen. Der KI-Campus ist daher das perfekte Projekt für die Anliegen des Stifterverbands. KI-Campus